Schöner Trevierechen dahinten. Ich finde es an jeder Ecke jemanden, der dir was verkaufen will, zu trinken, alles. Ich weiß nicht, dass das ein guter Ideen ist. Ich kann nicht viel filmen. Ich kann nicht viel filmen. Ah, schön. Ja, das tut schön in diesem Fall. Guck mal. Ja, ich habe hier ein Frieden. Guck mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist die Bedeutung? The Rock of Love Prost Prost? Ein Toast auf die Liebe Hier Das soll nicht schlecht sein Das sieht echt schön aus Schau mal das Wissen durch Normalerweise muss man sich ein Kuss geben Man muss sich ein Kuss geben Man sieht doch keinen Menschen Kissen und Wissen Und das und Wünsche Ja Ja Geht nicht ohne Kuss Ja, warte mal Guck mal die Wurzeln raus Guck mal die Wurzeln Guck mal die Wurzeln Wir haben auch eine sehr schöne Film gemacht. Ja, ich stelle für die 60 mit R aus. Ja, ich würde jetzt sehr alt sein. Wieso nicht? Oh, wenn sie noch so viel Kohl hätten. Drückstilien. Da ist Tony. Wieso? Schau mal da oben. Die roten. Die sind sehr klein. Die müssen doch sehen. Ja, ich sehe sie auch. Ich sehe es, ich sehe es. Die sind schön. Ich sehe sie, denn die sind schön. Sie sehen es nicht. Vielen Dank.